Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Trigger Quest 6. Wir sind hier im Dorf stehen geblieben. Ich habe nach dem letzten Part noch ein bisschen was gelevelt. Ich wollte die Charaktere, so alle die ich habe, mindestens auf Stufe 25 bringen. Hade ich so das Gefühl. Und das habe ich gemacht. Ich zeige euch mal Attribute meiner Charaktere. 30 ist natürlich geworden, dann hat er 25. Amos und Rebecca haben am Nix gedauert. Stufe 27, dann Schnitt 31 und Melina ist 29. Sie haben alle ausgelernt während des Kampfes. Haben sie alle ihre Klasse ausgelernt während des Trainings. Und eigentlich wollte ich zurück die Klasse wechseln. Das wollte ich in diesem Part eigentlich mit euch machen. Doch, dann ist mir allen gefallen, hey, ich könnte teleportieren, aber ich könnte nicht mal zurück. Das bedeutet, dieser Ort ist nicht in der Liste der Teleportationsmöglichkeiten. Aber er kommt mir erst mal zu Ende. Deswegen müssen wir wohl oder übel soweit spielen. Ja. Bis wir einen Ort haben, wo wir wieder zurück teleportieren können, ne? Nicht wahr? Und ich habe Geld gefarmt. Also ich wollte mir die Spiegelschilde kaufen, die für 5000 pro Stück. Kann ich mir zwar immer noch nicht 5 kaufen, aber immerhin komme ich schon nah dran an 4 Stück oder so. Naja, ich bin gelangt, weil ich will mal jemand mit mir spielen. Egal wer. Selbstbremst WLAN. Darf ich durch? Das sind Krüge. Danke. Mit einer Mini-Medaille. Da könnte ich mir auch vielleicht nochmal die nächste abholen, nicht wahr? Oder war das erst mit 25? Beim letzten Mal hatten wir 60 abgeben. Zwei oder so haben wir es schon gefunden. Glaub ich, seitdem. Naja, weiß ich nicht. Also das ist das, was ich einen Prinzen nenne. Seine Eltern werden krank, also macht er sich tapfer auf die Suche nach ein Heilmittel. Der Prinz von Somnia ist in der Tat ein Prinz, welcher den Namen verdient hat. Und was haben wir vorzuweisen? WLAN den Weichling. Ich weiß nicht, wie König WLAN es mit ihm aushält. Wiewohl. Wiewohl, nicht WLAN. Wer König werden will im Königreich Wieburg, muss sich zuerst den royalen Ritus der Reinigung unterziehen. Die Frage ist nur, ob unser Prinz WLAN das tatsächlich hinbekommt. Das werden wir ja sehen, ne? Erinnert natürlich sehr stark an Trönenquass 8. Aber die verwursten halt Ideen immer wieder, ne? Jetzt zeige ich mal die Karte hier. Da war ich noch nicht drin. Alles klar, Herr, diese Rüben werden ein anständiges Simmchen erzählen drüben in Wieburg. Das werden sie. Aber wie 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 sagt ihr, geht von hier aus Richtung Westen. Und das wird genau vor eurer Nase liegen. Ja. Ein Krug. Es war ein Krug. Wollte mal eine richtige Leidensgeschichte hören, ne? Aber sicher wollte ich das. Also, früher war ich wache drüben in Wieburg und dann bin ich rausgeflogen, weil dieser Prinz WLAN keine Ruhe gegeben hat. Ich würde ja mehr erzählen, aber dann kämen mir die Tränen. So schlimm? Ja, und dann haben wir hier oben noch die Kirche eingelassen im Felsen. Wann immer ich meine Gesichter, das Wasser gespiegelt sehe, sehe ich die Spuren, welche die Jahre der Lassammer haben. Aber es ist sinnlos, irgendwas zu erbreuen jetzt. Oder nicht? Ja. Und das ist natürlich die übliche Kirche hier. Ja, ein Bauer hat niemals Feierabend. Aber wenn ich hierher komme, fühle ich mich, als ob Herz und Seelig reinigt würde. Aber es heißt, diese Hülle sei nichts vergleichbar mit dem hochheiligen Hohl, wo der reale Ritus der Reinigung stattfindet. Der Zutritt ist allerdings so kündigend im Volkestand, das ist der. Also muss ich mich in dieser Hülle begnügen. Ja, vergnüge ich mal an dieser Hülle. Da können wir speichern und ihr wisst schon wiederbeleben und ganzen anderen Gedöns und Sachen reinigen, die verflucht sind. Aber da haben wir tatsächlich nichts verloren, weil hier gibt es nichts, außer irgendwie Sachen, die ich kaufen könnte. Ach, und was ich auf-screen einmal gekauft habe, ist der Schildkrötenpanzer hier. Ja, genau. 18.000 habe ich. Das reicht nicht, das Ausflug hier mal. Ja, Schildkrötenpanzer habe ich auch direkt ausgerüstet an Adriel. Zieht zwar den Stil unendlich weit runter, aber hey. Manchmal ist das halt so, ne? Muss man mit leben. Aber schönes kleines Dörfchen. So, dann haben wir uns gesagt, wir richten Westen. Falls ihr euch wundert, warum die Aufstellung hier anders ist, warte mal, ich zeige euch mal, die Aufstellung anders ist. Der war ja eigentlich hier an vierter Stelle. Hier gibt es Feinde, wie Pferde, die einen aus dem Team rauskicken und dann nach dem Kampf sind die wieder im Team drin. Ne, also, ja. Ähm, ich habe eingestellt, dass wir alle gnadenlos sind. Sie haben alle Zauber gelernt, aber das Ding ist, ich komme hier halt nicht weg, ne? Wenn ich, ich will hier halt wieder hin teleportieren. Ich will die, ähm, Klasse wieder wechseln. Und eventuell die Schilde kaufen, aber vielleicht gibt es ja in der nächsten Stadt bessere Schilde. Das werden wir ja sehen. So, öffnen wir mal die Karte, jetzt haben wir her. Na, da oben, da ist ein Königreich. Dort scheint es auch nichts zu geben. Keine Sorge, Leute, wir werden alle Fleckchen auf der Erde hier noch aufdecken, also auf der Karte. Da ist halt das Ding, das halt einfach nur... ...dass ich das gerne am Ende schiebe. Wie in jedem Trin-Quest, ne? Ich werde noch, ich werde noch die ganze Karte aufdecken. Die Mini-Map-Map-Map. Guten Tag. Willkommen in Wieburg. Wieburg? Wie bitte? Im Wieburg, okay. Haben wir hier eine Karte? Nein, wir haben keine Karte. Ihr seht aus, als müsstet ihr euch zu wehren. Gewiss habt ihr euch bereits das eine oder andere Handgemenge mit Monstern geliefert. Es werft mich eine außerordentliche Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, und ich kann spüren, dass mein schlammeriges Rost das Gleiche fühlt. Was? Wie du hast ein schlammeriges Rost? Hab ich es gerade richtig gelesen? Wenn ihr mir herausgelegtet, wäre es das Beste, wie ihr geht, und sprechen wir mit dem König, das wäre es. Du hast ein schlammeriges Rost? Ja. Dein schlammeriges Rost? Wie du hast ein schlammeriges Rost? Hey, was ist mit dir denn los? Hallo? Hey, Prinz Wieland ist der beste Prinz auf der Welt. Er ist niemals zu beschäftigt, um mit mir zu spielen. Ja, aber das ist so gut ist als Prinz. Der muss halt auch Sachen machen, ne? Einmal Giesam. Wow. Und eine Mini-Medaille. Schön, dann müssen wir auch mal zurück. Ich habe es dir schon tausend mal gesagt, das ist mir gleich, wer der Vater. Du wirst dann abends bekommen, wenn ich dir gebe. Äh, oh, ich bitte verzeihung, das war unpassend. Ich war sicher, es ist Prinz Wieland, der kommt um mich wieder zu Piesacken. Ah, ja, ja, tränkt das und ihre Prinzen immer, ne? Die sind immer, immer sehr, ja. So, wo geht es denn hier hin? Habe ich hier eine Karte? Ich habe keine Karte, wo bin ich hier im Hof? Das ist quasi so ein Hof, ne? Wahrlich bin ich da, als jeder denkt, dass alles hier ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen wird, mit Prinz Wieland. Mir würde es auch nicht besonders gut gefallen, mich in der Feuchhöhle voller Motte wagen zu müssen. Ich glaube, ich ja, was haben wir hier, hier denn? Alter, dieses Schloss ist so riesig. Iiii, ein Weißheitsam. Falls ihr jemand einen raschen Abgang machen müsst, falls ihr jemals einen raschen Abgang machen müsst, wird der Tun euch aus dem Schloss heraus und das wird er. Allerdings benutzt die niemand außer Prinz Wieland. Ich darf gar nicht daran denken, wenn er sich das nie verschleichen wird. Ja. Dieser Prinz also. Gut, dass wir jetzt schon... Du wirst, was das hier für Tunnel ist, nicht wahr? Oh Gott. Bin ich hier, okay. Der Kollege ist oben, danke. Was haben wir denn hier? Nix. Das ist gut. Ja, ja, ja. Keilschlüssel. Ey, zischt ab, lass mich schlafen, ja? Ich muss die ganze Nacht aufbleiben. Und Karten spielen Prinz Wieland, die 38. Nacht in Folge. Oh, das ist vielleicht, da gehen wir mal hoch. Hi. Sei gewarnt, König Wiewohl will nichts zu schaffen haben mit Zeitverschwendern. König Wiewohl, einfach. Einfach König Wiewohl. Na, hätte ja sein können, dass hier hinter was versteckt ist. Dann weiß man ja nicht. Hallo. Willkommen an Hofe von König Wiewohl. Ich kann sie, dass ihr weit gereist seid, um hierher zu kommen. Bitte fühlt euch wie zu Hause. Guten Tag. Als Weg ausweilt euch die jetzt feine Königreich in Main. Nicht ganz stimmig, was? König Wiewohl, mein Name, regiere in mein Geschäft. Nun, ihr seht aus, als werdet ihr für ein wenig Spannung zu haben. Was sagt ihr? Möchtet ihr mir beibringen? Beispringen in einer etwas heikenen Situation? Klar doch. Gut, so hört, ich wusste, ihr würdet euch dazu breit erklären. Nun, diese kleine Aufgabe, die ich für euch habe, betrifft meinen Jungen. Billy. Der Junge hat soeben sein 15. Geburtstag gefeiert. Wollte eine Kostümparade, wie auch immer. Das gehört nicht hin. Die Tradition schreibt vor. Wenn der Prinz von Wiebburg 15 wird, muss er nach Süden zu einer Höhle nach Hochheiliger Wohl gehen. Dort muss er sich die Royalen Ried aus der Reinigung unterziehen. Ich tat es zu meiner Zeit, wie ich mein Vater tat und sein Vater vor ihm. Ihr versteht das Prinzip. Nun, ich werde meine Stimme senken, um seine Mutter nicht aufzuregen. Billy ist, so fürchte ich, eine Memme, eine Nulpe und ein Hasenfuß. Ich habe ihn schon mehrfach mit einer Truppe von Wach zu der Höhle bestellt, aber sie kamen immer völlig ungeordnet zurück. Aber ihr macht den Eindruck auf mich, als ob ihr bereits einige rauf rein und Blänkelein hinter euch gebracht habt. Habt ihr nicht? Ich möchte euch bitten, Willi zum Hochheiligen Wohl zu begleiten und sehen zu stellen, dass er sich den Royalen Ritus der Reinigung unterzieht. Was sagt ihr? Werde mir helfen? Ja, natürlich werdet ihr mir aus der Patsche helfen. Ich konnte das Glittern in eure Augen sehen. Kanzler, holt Willi. Jetzt. Jawohl, eure Majestät. Nichts schätze ich mehr als von Abenteuern und Heldentats hören. Würdet ihr das letzte, mir etwas von eurer Suche zu erzählen? Ja, spricht was dagegen? Nö, ne? Jo, klar. Also, ihr seid auf einer Selbstfindungsreise und zieht in jede Ecke der Welt, um Monster zu erschlagen? Das kann man so sagen, ja. Ach, das ändert mich eine wilde Jugend. Ich weiß nicht, was euer wahres Ich finden bedeutet, aber ich wünsche euer Glück auf eure Suche gleichwohl. Euer Majestät ist schwer, die selbstbericht das einmal mehr. Ja, äh, wartet. Lass mich raten. Mein Sohn und Erbe hat das Weite gesucht. Jawohl, eure Majestät. Prinz Wieland hat, wie ihr beliebt zu sagen, das Weite gesucht und gefunden. Er hat es auch gesucht, er hat es auch gefunden, das Weite, ja. Das ganze Schloss auf der Suche nach ihm, das ist es. Diese Junge bringt mich noch ins Grab. Ich mein Junge kenne, wird er nicht weit weg sein. Ihr könnt euer letztes Gold darauf verwenden, dass er sie irgendwo im Schloss versteckt. Ihr könntet nicht am Willis kleinen Versteckspiel teilnehmen, könntet ihr? Wenn ihr ihn findet, packt ihn am Kragen und bringt ihn her. Ich zähle auf euch. Klar doch. Hallo. Es gibt Leute, die über meinen lieben Mann kleinen Willi moren, aber sie müssten nur seine wahre Natur kennen. Er hat ein gutes Herz und wird einen guten König abgeben und ich werde nicht ein einziges Wort des Widerspruchs dulden. Oh Gott, Mütter, ne? Mütter halt einfach. Aber ist das jetzt ein Teleportationsort, weil dann könnte ich mal kurz in die Klasse wechseln. Wieburg, ja, okay. Ja, dann hauen wir hier ab kurz. Ja. Wir wechseln die Klasse. Dann suchen wir ihn danach. Teleportation. Einmal. Das war alles Neuabtei. Sind wir gerade in der Traumwelt oder in der echten Welt? Wir sind in der Traumwelt. Ne, das ist die echte. Das ist die echte, glaube ich. Ja. Wechseln wir mal die Welt. Ich weiß echt nicht, was welche Klasse ich wechseln haben will, aber auf jeden Fall müsste er so am Ende alles gesevelt haben. Also bleibt es, es ist wirklich, wirklich egal. Ja. Das freut mich sehr für dich. Möchte jemand in eine andere Laufbahn gewechselt haben? Ja, ich wechsle einfach die Helden. Ich denke mal beim Helden jetzt tatsächlich, dass ich gerne hier Priester wäre. Dass ich als Held, weil ich, weil das da wirklich der Einzige ist, den ich steuere, dass ich gerne ein paar Heilungszauber gerne hätte. Dementsprechend wäre der Held Priester. Ich denke zwar alles, aber besser jetzt lernen als später, wo die Gegner halt wirklich scheiße werden könnten. So muss man ganz, ganz frivol zu sagen. Die könnten ein bisschen pervers stark werden. Dementsprechend ist es jetzt gut, dass wir das jetzt lernen. Priester und die Heilfähigkeit, dass wir die später, wenn wir sie brauchen, auch haben. So, aber. Rebecca, du hast ja hier, du hast Priester gelernt und Tänzerin. Du hast aber noch keine Zauberin gelernt und eigentlich bist du ja ein Zauber. Wäre halt gut, wenn du bei Zauber bleibst, oder? Ja, komm. Rebecca wird Zauberin. Macht Sinn, ne? Das halt, die, die kriegt halt klappt, die kriegen auch Bonus, weil die schon von Anfang an so ja drauf ausgelegt sind, kriegen die Bonus auf die Klasse, quasi. So, ja, ja, ja. Wir wollen alle die Laufbahn wechseln. Amos, der ist ja Monster, also Monstermeister und ist schon Krieger. Krieger und Monstermeister. Ich denke mal... Also Dieb ist ja keinesfalls. Und Vagabund? Ich weiß es nicht. Wir kriegen, wir kriegen jetzt den Skill Kampfkünstler. Ja. Der bleibt hier, Ritter bis zum Tode. Der wird niemals irgendeine Tätigkeit ausüben, wo er, wo das steht, ein Dieb oder so. Nichts Böses. Wobei Monster Thema, ja, ich weiß nicht. Kann man so und so sehen, ne? Laufbahn ändern. Ah, Triel. Ah, gut, du hast was Neues. Du kannst jetzt weiser werden. Weil man halt... Das ist halt das, das ist der Krux an der Sache. Wenn man halt zwei verschiedene Fähigkeiten lernt, oder mehrere, dann kann man am Ende noch mehr Klassen freischalten. Und das habe ich hiermit gemacht. Mit Weiser. Ja, er wird weiser. Sehr schön. Genau. Möge er fleißig üben. Noch jemand? Ja, klar. Schnitz, da hat jetzt gerade mal eine Fähigkeit gelernt, ne? Ja, Kriegerkampfkünstler. Er ist gerade Kampf... Nee, der Krieger ist die Vagabundenfähigkeit. Dann finden wir auch heraus, was es damit auf sich hat. Was erhöht sich denn? Stil erhöht sich um einen Punkt. Gut. Anker, alles wird, alles senkt. Alles, ne? Alles. Ja, außer Maximum MP. Also er lernt mehr Magie. Naja, gut. Ja. Was kann ich mir unter dem Vagabunden vorstellen? Eigentlich gar nichts. Ich stelle mir nichts unter dem Vagabunden vor. Einfach jemand, der herumherreist. Möge er fleißig üben. Ja. Ja. Ähm. Lena. Die hat ja schon... Was hat sie gelernt? Zauberin. Sie ist wirklich nur Zauberin gelernt, dass er wirklich schwache, ne? Äh. Äh. Geben wir immer einfach mal Händlerin, oder? Komm, machen wir mal. Ja. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht bringt das ja was. Möge sich fleißig üben, ja. So, das war's. Haben wir alle geändert. Ich bin gespannt, ob... Was für Fähigkeiten wird darauf damit lernen. Wir gehen jetzt raus, wechseln die Welt und reisen einmal nach Hardware. Äh. Dann nochmal nach Hardware. Dort kaufe ich halt einfach die Schilde. Weil die kostet ja 5000 pro Stück und wenn ich irgendwie sterbe, verließe ich aber eine Hälfte meines Geldes und ich will halt nicht mal in die Bank packen. Das ist halt auch so scheiße. Oh Gott, ich hab's wieder gesagt. Ist du mir leid. Ähm. So. Kaufen wir mal. Ähm. So ein Zauberschild. Kostet 5000. Das ist einfach viel zu viel. Aber hey. Ähm. Ich würde es erstmal... Adriel geben. Der hat wirklich ein wenigstens... Der hat schon Zauberspitze verkackt. Ah ja, doch schon Zauberschild. Wo hast du denn her? Ne. Sehe ich nicht ein. Der kriegt nichts. Ja. Habe ich schon einmal, habe ich schon einen gekauft. Ich weiß es nicht. Dann nochmal ein Zauberschild. Für Rebecca. Ja. Die ist halt ab, die halt ab wenigsten. MP. Er verteidigung, meine ich. Ja, und eigentlich kann ich noch mal ein Zauberschild holen, oder? Ja, eigentlich kann man uns mit gone. Ein kann man uns noch gönnen. Äh. Schnitz, oder? Oder Amos. Amos. Amos ist der Mod mit momentan ja bei uns im Team. Und schnitz, ne? Da gehen wir in die erstmal hier. Amos. Keine Sorge, ich werde bald mal wieder wechseln, aber... Also das ist die Teamaufstellung, aber momentan bin ich gerade ganz zufrieden. Auch wenn... Wobei... Wobei, warte mal. Wir gucken gleich mal. Ich brauche nicht unbedingt zwei Heiler gerade momentan im Team. Also aktuell. Es sei denn, es steht ein Boss da bevor. Dann schon, aber... Nee, dann kurz mal die Aufstellung ändern. Ich auf jeden Fall. Dann... Amos auf jeden Fall noch. Du. Und eigentlich brauchen wir keine zwei Heiler. Ne? Sie ist ja... Aktuell brauchen wir es nicht. Ich hole mal noch einen Schnitz. Das macht mir Wumms. Dann ändere ich noch kurz, ähm... Die Taktik. Wo ist das? Da? Sind alle auf gnadenlos. Okay, sehr schön. Ne, da und dann hauen wir ab. Dann gehen wir zu die Bord. Dann müssen wir den Prinzen suchen. Sehr gut. Ja, habe ich alles jetzt erreicht, was ich erreicht haben wollte? Ich weiß, es hat hier jetzt Schnitz kein Zauberschild, aber hey, das geht mir auch wieder rein. Da ist ein Schleimritter draußen. Schleimritter draußen. So, wo könnte der Prinz sich versteckt haben? Wir wissen ja, dass er irgendwie einen Tunnel gibt, ne? Er wird, hat er sich da versteckt. Der versucht ja immer hier zu fliehen. Nö? Hä? Wir waren hier links oben noch nicht, bei dieser Treppe. Oh, hier sind Bücher. Da haben wir noch gleich gelesen. Die Geschichte eines Schleims Teil 5. Mein Name ist Schlamm Pampel. Mein Traum wäre es, wenn mein Name allen Menschen dieser Welt auf der Zunge lege. Neulich habe ich einen Schleim gehört, der so stark sein soll, dass er ganze Katzenregimente mit den kleinen Fingern die Flucht schlagen kann. Nun haben alle Schleime bekanntlich keine kleinen Finger, also bin ich nicht ganz sicher, was ich glauben soll. Falls es diesen Wunderschleim hier noch wirklich gibt, kann ich meinen Traum der Welt steckte Schleim, Sven, einen feuchten Abschiedskuss geben. Wie dem auch sei, ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen und werde dieses namenlose Dorf hinter mir lassen. Okay. Wie man ein guter König wird. Da lese ich mal her. Er ist allerdings dermaßen begrisselt, dass es praktisch unleserlich ist. Das ist super. Das wird ja nichts. Hi. Wo ist Prinz Wieland hin? Ich will spielen. Und soll ich den Spiels verstecken? Gerade kürzlich habe ich mich in einem Fass versteckt. Prinz Wieland steht wirklich bei der Form an Einfallsreichtum. In einem Fass. Okay. Hä? Wir waren ja in der ersten Etage. Also gibt es halt sechs oder sieben oder acht Fässer. Da wird er sein. Hundertprozentig. Jeder, der sie versteckt. Hier drin. Ich muss das mal bitten. Hier versucht jemand, sich zu verstecken. Menno. Aber muss ich immer... Warum muss mich immer irgendjemand finden? Warum sucht du noch mir? Ich habe mir einen ganzen Schreck angejagt. Und ich kann es nicht noch länger hinausschieben. Ich bin sicher, mein lieber Vater möchte ich mich besprechen. Ich frage dich. Wer will schon ein Prinz sein? Warum würde ich nicht als Bauer geboren oder als Kuh? Ah. Ob der zu seinem Vater geht? Bezweifel es. Ja. Ehrlich? Die Dinge, mit denen ich mich herumschlagen muss, ey. Wirklich. Sei gegrüßt einmal mehr, Miko. Ich hoffe, dieses kleine fangende Prinz hat euch erschöpft. Nun, ich habe seiner Mutter erzählt, dass er im Garten beschäftigt war. Sie brauchte nicht zu wissen, dass er auf dem Boden eines Fassens lag. Deine Mutter setzt große Hoffnung in dich, Herr Willi. Du darfst sie nicht enttäuschen, hörst du? Nun, mein Junge, du weißt, was jetzt kommt, nicht? Wenn du mir als König nachfolgen willst, musst du dich mit den realen Ritus der Reinigung unterziehen. Nun, ich möchte keine Wenns oder Abers hören. Du gehst, darüber gibt es keine Diskussion. Wie du weißt, es ist eine gefährliche Reise, aber diesmal habe ich ein paar Kampfgestellte gefährlich gefunden. Sie werden mit dir in jedem Schritt des Weges gehen. Oh, also hast du nichts zu befürchten. Geh, mein Sohn, jetzt ist die Zeit. Ich weiß, du wirst dein Eltern stolz machen. Jawohl, Vater, ich werde dich hier nicht hier stehen lassen. Komm schon, Miko, nicht wahr? Du wirst ein Auge auf mich haben, richtig? Dann lass es gehen. Miko, Royaler Ritus der Reinigung. Wir kommen. Wir wünschen euch viel Glück, Prinz Wieland. Langlebe Prinz Wieland. Yay. Pass gut auf, euer Auf, Prinz Wieland. Tut alles, was ihr könnt, um den Prinz zu beschützen, Miko. Ich kann diese Ritus der Reinigung kaum erwarten, aber da ist nur eine kleine Sache, die ich hier erledigen muss, bevor ich aufbreche. Wenn du hier gerade warten könntest, ich verspreche, bin in einer Sekunde zurück. Ist klar, Brudi. Ist klar. Du willst da unten, nicht wahr? Ja, ja, ja. Du willst stiften gehen. Halt. Ohne ich. Ich werde nicht zurückgehen zu dieser feuchten Hülle. Kein Prinz sollte gezwungen sein, unter der Erde herumzubillen. Aber wenn ich mich Ritus nicht unterziehe, werde ich nicht in der Lage sein, in meinem Vater Fußstapf zu treten. Und diese Monster. Diese monströse Monster. Du hast mich entdeckt, einmal mehr. Wahrlich, ich habe keine Hoffnung, die lange zu entkommen, Miko. Ich kann sehen, dass du mich verfolgen wirst, bis ich meine kündige Pflicht getan habe. Widerstand ist eindeutig zwecklos. Nun gut, du gewinnst. Ich gebe auf. Ich werde mich hier anschließen. Einmal mehr. Prinz, die dann schließe Gruppe an. Dieser Prinz einfach. Ja gut. Wir haben ja schon gehört, wo wir hin. Wir sollen in Richtung Süden. Da ist eng in der Höhle oder so. Vom Schloss aus. Komme ich hier irgendwie aufs Dach? Weil das sind doch Leute. Ich sehe das auf dem zweiten Bildschirm, dass da Leute sind. Und da außerhalb, da sieht ihr es auch, da ist auch was. Ey, ich bin doch blind, oder? Bin ich blind, oder gibt es da keinen Weg hoch? Nur runter. Betten. Draußen auf dem Hof eventuell. Nee. Das ist ja äußert merkwürdig. Oder warte mal vom Königsaal aus? Wenn ich hier hochgehe? Ja, da ist es die Tür. Ich bin ein bisschen doof, ne? Ich bin ein bisschen doof, es tut mir leid. Hallo. Also ist die Zeit eigentlich komprimiert. Ihr macht den ersten Schritt, ein König zu sein. Ihr werdet keine Schwierigkeiten haben, solange ihr bedenkt, was ich euch an eurem wöchentlichen Wachttraining lehrte. Das heißt, wann immer ihr euch bequemter zu erscheinen. Auch wenn der Prinz über ein paar Kenntnisse der Fechtkunst verfügt, man merkt, dass dann nichts mit dem Herzen dabei ist. Lass mich überlegen. Was reimt sich auf Wieland? Da muss es etwas geben. Oh, guten Tag, Prinz Wieland. Ich sprach gerade mal in einer Muse über eine Epos, um eure heroischen Helden dazu zu rühmen. Ich kann nicht glauben, dass mein Vater diesen Schreiberling immer noch immer engagiert hat. Habt ihr das gesagt, Sir? Ich kann es auch nicht glauben. Was reimt sich auf Wieland? Schreibt es mir in die Kommentare. Bedauere Prinz Wieland, egal wie oft ihr mich fragt, fragen wird, ihr werdet mir nicht eure Rüstungssammlung anschauen kommen. Ehrlich, die Dinge, mit denen ich mich rumschlagen muss, er ist wirklich. Das ist furchtbar. Aber er wird die Rüstungssammlung. Nun, ne? Hallo. Regen Sie zu der Höhle, verprügelt die Monster, dann bekommt ihr gerade gereinigt, schwuppdiwupp und die Sache ist erledigt. Dann wird er bereit sein, Kündig Viboxer werden. Ah, ich kann es kaum erwarten. Du kannst was kaum erwarten. Komm schon, Mann. Spuck's aus. Ähm, Prinz Wieland, sowas, dass ihr hier seid. Nun, versteht mir die Falsche. Ich meinte, ich kann die wunderbare Weiße und Wohltätigkeit kaum erwarten, mit der ihr jetzt sicher die Rolle des Kündigs ausfüllen würdet. Seid gegrüßt, Prinz Wieland. Viel des Glückes bei eurer Aufgabe. Du hast gut reden. Du darfst hierbleiben. Das Schuss bewachen. Ich wünschte, ich hätte so eine bequeme Aufgabe. Oh, Alter. Dass Prinz und Trinkers immer so unerzogen sind. Irgendwas machen die Könige, die Eltern falsch. Definitiv. Ja, gut. Dann gibt es ja nichts mehr zu erledigen. Irgendwann hier raus. Wir machen es auf den Weg in Richtung Süden. Du, 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 du. Keine Rutterfahrung, Rutter springen? Leider nein. Ich muss den Haupteingang benutzen. So, wir gehen. Seid gegrüßt, Prinz Wieland. Vieles Glückes bei eurer Aufgabe. Ach, du hast gut reden, du hast hier. Ja, ja, ja. Es ist aber nicht mehr dasselbe, ist okay. Ey, not. Was steht jetzt nächstes an? Du weißt ganz genau, was Adriel. Du weißt es ganz genau. Eine Höhle im Süden. Nur damit das weiß, Nico. Ich werde einige Grundregeln aufstellen, bevor wir aufbrechen. Ich habe noch niemals das Königreich wie Bob verlassen. Und ich habe kein Absicht, damit jetzt anzufangen. Ich bin einverstanden, mit dir herumzuhängen. Solange du hier bist. In Wichheim. Oder natürlich in der Höhle bist. Aber solltest du irgendwo anders hingehen? Wenn ich diesen, wenn ich, wenn ich in deinen, diesen, deinen Wagen, wenn ich in diesen, deinen Wagen springe und mich nicht vom Fleck rüber. Verstanden? Natürlich, dass hier was geklärt wäre, denke ich, wir sind bereits im Abmarsch. Kamiko, lass uns loslegen. Kommt dieser Prinz wieder immer noch mit? Okay. Ich bin auch hier. Jawohl. Wie der besseren Wissens. Wir werden über diesen Royalen Ritus der Reinigung nie fertig werden, wenn wir nicht an seinen Strang ziehen. Ich habe schon gut, ich ziehe ja schon. Das ist doch nicht, ich habe keine Höhle. Sag mal hier die Karte. Ne, das da unten ist die Höhle. Das ist irgendwie ein Tempel. Die werden wir wann anders mal besuchen. Ja, mal gucken, ob wir irgendwas hier lernen. Mit den neuen Klassen. Erstmal ist es wichtig, dass Miku Plopp lernt. Und Fußfähigerarmhaus, Magieabsorption, Glückspilz. Oh, zisch. Und Gluckuck. Ja, bei der ersten reicht immer nur ein Kampf aus, ne? Für die ersten Fähigkeiten. Bei der neuen Klasse. Rüstrüstung. Windbummien. Sieht schon cool aus, ne? Cool designed, die Windbummien. Ja, ihr seht ja auch, wir haben gute Zauber gelernt. Die sind echt nicht von schlechten Eltern. Da ist die Höhle. Aber wir werden diese Part natürlich nicht reingehen, Leute. Wir werden erstmal noch hier ein bisschen uns des Trainings widmen. Gucken, ob wir noch irgendwas gehen. Wobei wir, glaube ich, jetzt mindestens 10 Kämpfe brauchen, um die nächste Stufe zu erreichen. Ich heile ja erstmal alle. Und da gehen wir im nächsten Part da rein. Und dann bin ich, ich bin sehr gespannt, was da auf uns wartet. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und Tschüss.